Die Außenminister der 30 NATO-Staaten und ihrer Partnerländer sind in Brüssel zusammengekommen, um über weitere militärische Unterstützung für die Ukraine zu beraten. Zum Auftakt des Treffens am Mittwoch warnte Generalsekretär Jens Toltenberg davor, von einem baldigen Ende des Krieges auszugehen. Wir müssen realistisch sein und erkennen, dass dies lange dauern kann, viele Monate oder sogar Jahre. Deshalb müssen wir auch auf einen langen Zeitraum vorbereitet sein, sowohl was die Unterstützung der Ukraine, die Aufrechterhaltung der Sanktionen, als auch die Stärkung unserer Verteidigung angeht. Erwartet wird, dass an dem zweitägigen Treffen auch der ukrainische Außenminister Dmitry Kuleba persönlich teilnimmt, voraussichtlich auch, um für mehr Flugabwehrwaffen zu bitten. Diese Ausrüstung wurde bereits zugesagt, aber noch nicht geliefert. Doch wie wird sich dieser Krieg entwickeln und wie wird Europa am Ende aussehen? Der US-amerikanische Professor für Geschichte, Michael Kimmich, geht davon aus, dass ein neuer kalter Krieg den Kontinent verändern wird. Der Konflikt wird ein Nullsummenspiel und von langer Dauer sein, so wie es der Kalte Krieg war. Alles wird jetzt im Sinne dieses Wettbewerbs zwischen Europa, dem transatlantischen Bündnis und Russland definiert werden, und das wird Folgen für die Sicherheit haben, wie etwa für Georgien, den Nordkaukasus, die Republik Moldau und zweifellos auch für die Ukraine. Und es ist natürlich möglich, dass Russland diesen Krieg auf ganzer Linie verliert. Dann gäbe es keinen kalten Krieg, sondern ein geschwächtes Russland, das aber mit Sicherheit Groll und Wut auf Europa hegen würde. Bei dem Treffen soll auch darüber beraten werden, wie man die NATO-Partner, die sich durch Russland bedroht fühlen, wie etwa Georgien oder Bosnien-Herzegowina besser unterstützen kann.